Herzogin Mekhan, mit diesem Detail sie die Finns. Herzogin Mekhan, 41, war in den vergangenen Monaten zwar der Dokumentationsserie Harry und Mekhan zu sehen, aber nur noch bei wenig öffentlichen Auftritten. Jetzt meldet sie sich mit einer überraschenden Videobotschaft zurück, Mekhan kündigt ihren Freund und Fotografen Misan Harimann für einen Tektalk an. Doch dabei bleiben nicht nur ihre herzlichen Worte in Erinnerung. Denn ihren Fans sticht noch ein weiteres und wesentliches Detail ins Auge. Schnell sorgt ihr neuer Auftritt im Netz für viele Diskussionen, und teils überschwängliche Komplimente. Im Video sehen Sie, warum vor allem ein Aspekt des Mekhan Comebacks ihre Fans so in ihren Band zieht. Verwendete Quelle, Twitter.com